Bitcoin traded bei 42.786 US-Dollar. Wir haben in der Nacht wieder einen kleineren Abverkauf gesehen von unserem asiatischen Markt. Du siehst es auch hier, meine Ethereum-Position ist jetzt leicht im Minus und meine Bitcoin- und Cardano-Position weiterhin sehr, sehr stark im Profit. Wie ich das Ganze jetzt handhaben werde und vor allem, was jetzt hier wichtig wird, denn heute sind die traditionellen Märkte in den USA wieder geöffnet. In Deutschland ist der traditionelle Markt noch zu zwecks Feiertag. Das wird heute nämlich alles wichtig und das erfährst du alles in diesem Video. Deshalb unbedingt dranbleiben und wir starten direkt rein nach dem Intro. Let's go! Gut, schauen wir uns das Ganze erstmal auf den 4-Stunden-Chart an. Wie es da im Moment aussieht und wie du ganz gut sehen kannst, ist es im Moment so, dass wir hier auf unserem 4-Stunden-Chart nochmal sehr stark nach unten rejected worden sind. Das bedeutet, wir hatten ja gestern das Problem, hier über dieses wichtige Hoch hier drüber zu kommen. Habe ich euch dann auch im gestrigen Update-Video gesagt, habe gesagt, Bitcoin muss es erstmal schaffen, dass wir hier über dieses Hoch drüber kommen. Über diese 43.866 Dollar. Das wurde leider nicht geschafft. Und somit sind wir hier wieder relativ schnell nach unten gedrückt worden. Und das Wichtige ist, komplett vom asiatischen Markt. Also das ist wieder in der Nacht passiert. Schauen wir uns auf jeden Fall nochmal im kleineren Time-Frame dann auf jeden Fall an. Jetzt ist es wieder sehr spannend und zwar, wir hatten auch schon mal wieder so eine rote Kerze nach unten, genau auf den 100er EMA. Und jetzt kommt wieder eine sehr, sehr ähnliche, fast eigentlich die gleiche Kerze hier nochmal runter und zwar auch wieder auf den 100er EMA. Das Ganze war auch hier wieder eine Bewegung von knapp 1000 US-Dollar. Genauso wie am Tag zuvor, auch das war eine Bewegung von 1000 US-Dollar. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich halten. Wir dürfen kein tieferes Tief machen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir dürfen nicht unter dieses Tief hier fallen. Falls doch, müssen wir davon ausgehen, dass wir nochmal auf den 200er EMA laufen. Und jetzt haltet euch fest, dieser 200er EMA, ja, der wurde nicht mehr angetestet und nicht mehr angelaufen seit dem 15. Oktober. Okay, also seit dem 15. Oktober wurde dieses Level nicht mehr angelaufen. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir durchaus eher noch Potenzial haben, hier runterzufallen, wenn, wie gesagt, der 100er EMA hier nicht hält und kein großartiger Support an dieser Stelle dann hier reinkommt. Ja, das heißt, wir brauchen hier auf den 100er EMA auf jeden Fall sehr, sehr wichtigen Support, dass wir am besten hier gleich wieder nach oben hindurch gehen. Und auf den kleineren Zeiteinheiten werde ich dir dann auch ganz genau sagen und zeigen, wo du dann hier in dieser Stelle nochmal schöne Long-Positionen aufmachen kannst. Weil, eins sei immer wieder gesagt, wir sind weiterhin in einem sehr, sehr starken Aufwärtstrend. Es ist im Moment die Tendenz da, dass wir hier dieses Double Top reinkriegen und zumindest kurzfristig gesehen nochmal auf die 40.700 Dollar laufen. Das würde perfekt auch zusammenpassen mit dem 200er EMA und den wichtigen Support-Leveln, die wir hier unten einfach gehabt haben und gesehen haben. Ja, das siehst du hier. 11. Dezember angelaufen Support, 13. Dezember angelaufen Support, 18. Dezember angelaufen Support. Ja, und das spiegelt sich dann auch hier unten immer wieder ganz schön auf unseren MACD. Der MACD zeigt uns nämlich an, in welchem Trend wir im Moment gerade sind. Ja, sind wir zum Beispiel in einem sehr starken Aufwärtstrend oder in einem sehr starken Abwärtstrend? Und jetzt war es dann hier so, dass wir hier wieder in einem kleineren Aufwärtstrend waren. Das hat sich auch auf dem Kurs dann wieder gespiegelt. Sind in die Seitwärtsphase hier reingelaufen und dann gab es jetzt hier wieder so eine kleine Korrektur. Und du siehst es hier unten, das negative Momentum ist natürlich mit der jetzigen Kerze sehr, sehr, sehr stark wieder gewesen und geworden. Das heißt, wir hatten hier fast wieder unser bullisches Cross von unserer Durchschnittslinie zu unserer Signallinie an dieser Stelle. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, das ist jetzt erstmal wieder ad acta gelegt. Das heißt, wir können jetzt erstmal damit rechnen, dass wir nochmal diese kleinere Korrektur nach unten jetzt hier sehen werden. Das werde ich dir dann auch auf jeden Fall gleich auch nochmal im 15 Minuten Chart zeigen. Wie sieht es mit dem Volumen aus? Das erste Mal kommt mehr Verkaufsvolumen rein als Kaufvolumen. Ja, und zwar siehst du es hier auch nochmal ganz gut. Wir hatten das ja am gestrigen Tag eigentlich fast mit so 50-50. Das heißt, wir wurden sehr stark wieder aufgekauft. Aber mit der jetzigen 4-Stunden-Kerze kommt nur Verkaufsdruck rein. Also es kommen im Moment keine Bullen rein, die sagen, jo, jetzt möchte ich gerne kaufen. Das heißt, es bleibt hier relativ gering. Und unser RSI wandert auch wieder nach unten und zwar 38 Punkte jetzt schon. Wir gehen langsam hier in den überverkauften Bereich. Wenn das der Fall ist, können wir davon ausgehen, dass wir wieder eine sehr starke Gegenbewegung reinbekommen. Sowas ähnliches, wie wir dann hier gesehen hatten, nämlich am 13. Dezember. Das war nämlich genau das hier. Da haben wir dann einen schönen kleinen doppelten Boden dann hier geformt und sind dann hier nochmal wunderbar nach oben hinaus gebrochen. Und das würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall hier heute auch im Auge zu behalten. Das bedeutet, wenn wir nochmal weiter tiefer fallen, zumindest jetzt nochmal bis zum Freitag, können wir auf jeden Fall hier unten in den überverkauften Bereich reingehen. Das würde aber wie gesagt bedeuten, dass wir hier auf den 200er IMA fallen und somit auf diese wichtigen 40.700 US-Dollar. Das heißt, wenn der RSI hier unten ist, wird Bitcoin hier unten bei 40.700 Dollar traden. Und dann wird es interessant, weil dann brauchen wir wieder ein Bullisches Reversal. Was ist ein Bullisches Reversal? Ein Bullisches Reversal ist, wenn wir nach unten gehen, einen schönen doppelten Boden dann formen auf kleineren Zeiteinheiten oder auch auf größeren Zeiteinheiten und dann wieder nach oben hindurch gehen. Zum Beispiel wie hier. Wir sind in einem sehr starken Downtrend. Das war dann auch eine Bewegung von knapp 4.500 Dollar nach unten. Was ist dann passiert? Wir formen genau hier an dieser Stelle einen wunderschönen doppelten Boden, gehen nach oben hindurch. Und das ist dann hier so ein Bullisches Reversal, wo man dann wieder wunderbar einsteigen kann, weil man dann hier knappe 6,6 Prozent mitnehmen konnte. Und das ist immer das, was ich euch analysiere. Das ist das, was ich euch zeige. Deshalb lass auf jeden Fall gerne mal ein Abo da. Würde mich sehr drüber freuen. Werd auch du zum Bitbuller. Von Montag bis zum Sonntag gibt es hier immer ein Update-Video, damit du hier einfach nichts mehr verpasst. Und vor allem in der jetzigen Zeit, wo die Volatilität einfach so da ist, ist es für uns als Trader natürlich gefundenes Fressen und auch sehr, sehr, sehr gut, weil wir davon natürlich am meisten dann auch erstmal profitieren können. Dann ist es so, schauen wir uns das Ganze dann nochmal ganz kurz auf dem Tagesschart an. Auf dem Tagesschart ist es nämlich jetzt sehr, sehr interessant, was nämlich jetzt hier passiert. Und zwar sind wir jetzt das erste Mal wieder seit Tagen unter unserem 13er EMA. Stand jetzt 42.777 US-Dollar und unser 20er EMA ist bei 42.475 US-Dollar. Das heißt, es ist durchaus noch Potenzial da, hier nochmal einen Step weiter nach unten zu gehen. Auch auf dem Tagesschart, und du siehst es einfach hier, ich will dich einfach darauf vorbereiten, dass nicht das Geschrei dann groß ist, dass wenn wir nämlich dann hier unter die 41.500 Dollar dann hier nochmal fallen, oder unter diese 42.000, dass durchaus Potenzial da ist, sogar auf dem Tageszeiteinheiten und auf dem Tagestimeframe auf knappe 40.000 Dollar nochmal nach unten zu droppen, weil hier unser 50er EMA reinkommt. Je höher die Zeiteinheiten sind, desto bedeutender sind natürlich die wichtigen EMAs. Das heißt, der EMA hier auf dem 50er, der 50er EMA hier, der sich knapp bei 40.000 US-Dollar im Moment befindet, der ist hier unten das letzte Mal angetestet worden, auch am 14. Oktober. Und seitdem nicht mehr. Seitdem ist Bitcoin komplett kontinuierlich in einem massiven Aufwärtstrend ohne eine größere Korrektur. Ja, sondern wir gehen nach oben, Seitwärtsphase, wir gehen nach oben, Seitwärtsphase, dann war hier das eigentlich die größere Korrektur mal von 8%, was wir gesehen haben, aber sonst war es das. Ja, das bedeutet, es wäre gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt sagen, dass Bitcoin nochmal hier ein bisschen runterkommt, ein bisschen abkühlt und dann vor unserem Spot ETF dann die nächste Runde nach oben macht, weil habt ein was immer im Hinterkopf, Leute. Es ist nicht mehr weit bis zu unserem Spot ETF. 10.1., frühestens wahrscheinlich 2.1., das ist jetzt noch diese Handelswoche. Habe auch gesagt, dass wir durchaus Volatilität reinkriegen könnten nach Weihnachten. Das heißt, wir haben jetzt ja dann noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag wieder ganz normalen Handel und deshalb geht da auf jeden Fall davon aus, dass es durchaus volatil werden kann und deshalb darfst du dann diese Möglichkeiten, die sich dann hier wieder bieten, nicht verpassen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Bitcoin jetzt hier diesen hier macht und unter 30.000 Dollar oder sowas fällt. Also das erwarte ich erstmal nicht, sondern ich werde dann auch jede kleinste Bewegung nach unten, jeden Drop nach unten dazu verwenden, um meine Positionen, die du ja hier siehst, wieder zu vergrößern, um meine Positionen aufzubauen, weil ich möchte einfach diese Positionen halten bis zu unserem Spot ETF, bis zum nächsten Jahr. Es kommt dann wieder frisches und neues Geld rein. Leute haben dann auch wieder frisches und neues Geld, wollen wieder investieren und so weiter und so fort. Und natürlich dann, wie gesagt, unser großes Ereignis am 10.1. Und im April kommt dann auch schon wieder unser Halfing. Das bedeutet, alles, was ich hier analysiere, das trade ich auch mit euch. Auch wenn mein Trade hier im Minus ist, zeige ich euch das Ganze. Völlige Transparenz für euch. Ich habe nichts zu verheimlichen. Wenn du also auch gerne dir einen Account machen möchtest, mach das gerne unten bei Femex oder auch bei Bitget. Wie gesagt, seit dem Thema FTX würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, überall einen Account zu haben. Man weiß nie, was ist. Ich trade hier sehr, sehr gerne auf Femex. Es ist eine sehr, sehr coole Plattform. Sehr einfach geschickt, sehr leicht gehalten, speziell auch für Anfänger. Und dann, ja, schau gerne unten rein. Somit unterstützt du auf jeden Fall diesen Kanal. Jetzt gehen wir aber rein und schauen uns das Ganze mal auf dem 15-Minuten-Chart an. Weil auf dem 15-Minuten-Chart wird es nämlich jetzt richtig interessant. Da gehen wir jetzt rein. Let's go. So, also dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und wer sich das gestrige Update-Video angeguckt hat, kann es gerne mal reinschreiben. Und zwar, wir haben nämlich hier gesagt, Leute, wir haben hier einen sehr, sehr starken Wig auf dem 15-Minuten-Chart. Was bedeutet das? Das bedeutet, hier wurden sehr, sehr viele Long-Positionen aufgemacht. Und immer wenn du so einen großen Wig hast, sei es auf dem 15-Minuten-Chart, 4-Stunden-Chart, komplett egal, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass dieser wieder hier komplett gefüllt wird. Was bedeutet das, gefüllt werden? Gefüllt werden bedeutet, dass die Market Maker den Kurs hier runterdrücken, weil sie natürlich wissen, dass hier noch Liquidität liegt. Das heißt, hier haben sehr, sehr viele Leute Long-Positionen dementsprechend eröffnet. Und jetzt musste es so kommen, wie es gekommen ist. Und zwar ist jetzt hier rote Vektor-Candle, rote Vektor-Kerze, rote Vektor-Kerze. Nur Verkaufsdruck hier reingekriegt. Hier kam kein Gegendruck rein von irgendwelchen Long-Positionen oder von Leuten, die dann hier kaufen wollten. Und was passiert? Wir gehen genau auf unser M1-Level und schließen hier fast zu 98% diese Wig und diese Kerze. Also das kannst du auf jeden Fall für geschlossen dir markieren. Wir haben uns dann gestern auch diese Zone dann hier eingezeichnet. Ich habe gesagt, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Bounce. Et voilà, Freunde, was passiert? Wir kriegen genau den Bounce hier rein. Was können wir jetzt erwarten? Was ist jetzt erstmal wichtig? Zum einen, wir haben hier eine massive Imbalance jetzt hier im Chart. Das heißt, 1, 2, 3 rote Vektor-Kerzen, das ist eigentlich gefundenes Fressen. Ja, so wie die grünen Vektor-Kerzen nach oben gefundenes Fressen dann für die Market Makers sind, um den Kurs wieder nach unten zu drücken, ist es natürlich jetzt sehr, sehr interessant, den Kurs wieder nach oben zu pumpen. Warum? Ganz einfach, weil wir nämlich dann hier massiv viele Shop-Positionen wieder rausliquidieren. Okay, und jetzt haben wir so eine Imbalance im Chart. Und jetzt wird es natürlich interessant, was hier unten passiert. Wenn wir jetzt hier unten einen doppelten Boden reinkriegen sollten, wäre das für mich auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit, ups, Fibonacci-Level brauchen wir nicht, eine Möglichkeit, um hier nochmal neue Long-Positionen zu eröffnen, ja, mit einem gewissen Risiko-Risiko, Risk-Management. Das bedeutet, hier musst du dann natürlich dein Risk-Management ansetzen. Ob du das jetzt hier drunter setzt oder hier drunter setzt, deinen Stop-Loss musst du dann für dich selber sehen. Aber wenn wir jetzt hier so ein kleines bullisches Reversal sehen, dann ist auf jeden Fall Potenzial da. Ja, und schaut euch das Ganze mal an, Richtung Daily Open hier zu laufen. Und das ist nämlich genau das, ja, das ist jetzt hier einmal unser Daily Open. Das liegt bei knapp 43.576 US-Dollar. Und das haben wir noch nicht angelaufen. Diejenigen, die mich hier schon längere Zeit verfolgen, wissen auch ganz genau das. Dieses Daily Open, wenn wir hier sofort nach unten abverkauft werden, immer sehr, sehr gern am gleichen Tag wieder angelaufen wird. Ja, und wir hier zu einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent hier oben wieder reinlaufen, um dieses Daily Open nochmal hier re-zutesten. Und dann gilt natürlich, was dann hier oben passiert. Ja, aber da werde ich dich auch in Telegram auf den Laufenden halten. Wie gesagt, wenn da immer irgendwie was passiert, ich unterwegs bin und so weiter und so fort, dann poste ich das Ganze hier für euch rein. Da habe ich hier gestern auch diese Zone euch hier auch nochmal reingepostet in Telegram. Hier sind 15.784 Leute drin. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Deshalb schau da auf jeden Fall gerne mal rein und abonniere das Ganze komplett kostenlos, damit du hier einfach nichts mehr verpasst. Und sollte sich hier was auftun, werde ich euch das natürlich dann auch auf Telegram euch hier reinposten. Dann ist es jetzt so, bullisches Szenario wäre wie gesagt heute das hier. Das würde ich definitiv im Auge behalten. Ein bärisches Szenario wäre, wenn wir hier unten diesen Wig hier nach unten hin verlassen. Das heißt, wenn wir unter 42.500 Dollar fallen, müssen wir davon ausgehen, dass wir erstmal Richtung M0 marschieren. Und dann heißt es immer darauf achten, wo kriegen wir das nächste Bullish Reversal rein. Wo können wir das nächste Bullish Reversal nach oben hin dann mitnehmen. Und auf solche Möglichkeiten musst du dann einfach achten. Und da ist es dann auch so, so werde ich dann nämlich auch meine Long Positionen dann wieder vergrößern. Wenn man sich das auf den 15 Minuten MACD anschaut, muss man auch dazu sagen, ist jetzt der MACD auf einem Stand, wo wir das letzte Mal hier auch so eine größere Korrekturphase hatten. Und zwar am 19. Dezember. Da haben wir uns dann auch gefangen, sind dann in eine Seitwärtskonsolidierungsphase und dann wieder nach oben gestiegen. Und so ein ähnliches Szenario haben wir jetzt auch hier wieder. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr starkes negatives Momentum an dieser Stelle, was du hier ganz gut sehen kannst. Und zusätzlich ist es so, dass die Signallinie zur Durchschnittslinie auch nochmal sehr, sehr, sehr weit entfernt ist. Und der RSI, schaut euch das mal an Leute, der RSI ist auf den 15 Minuten Chart so tief wie seit unserem 11. Dezember nicht mehr. Also wir sind hier massiv überverkauft auf den 15 Minuten Chart. Deshalb kann ich mir gut aus vorstellen, dass wir heute so ein kleines Bullish Reversal reinkriegen, um dann hier den nächsten Move wieder nach oben hin zu machen. Deshalb keine Panik. Solche Bewegungen sind völlig normal. Damit müsst ihr jetzt auch klarkommen. Das wird auch in der Zukunft noch viel, viel krasser werden, dass wir am Tag Schwankungen von 2.000, 3.000, 4.000 US-Dollar sehen. Nach oben, nach unten. Dann erholt sich der Kurs wieder, geht wieder weiter nach oben. Genau dasselbe dann aber auch nach unten. Deshalb da erstmal keine Panik. Dann schauen wir uns Ethereum an. Ethereum ist jetzt unter unseren wichtigen Support wieder gebrochen. Das heißt, das wäre ja hier jetzt wunderschöner Support gewesen. Konnte das Ganze hier jetzt erstmal nicht halten. Geht unter den 100er EMA. Hat jetzt auch unseren Aufwärtstrend jetzt hier gebrochen. Sieht man hier auch nochmal ganz gut. Aber die 4-Stunden-Kerze, die läuft jetzt noch eine Stunde. Also jetzt mal abwarten, was hier passiert. Sonst muss man ganz klar dazu sagen, ist jetzt erstmal technisches Preisziel bei Ethereum hier unten bei knapp 2.186 US-Dollar genau in diesem Bereich. Da ist meiner Meinung nach dann erstmal das technische Preisziel, wo man von ausgehen kann, dass wir hier dann wieder einen schönen Bounce durchaus erwarten können. Mit dem VRVP bei Ethereum ist es nämlich genau dasselbe, wie wir eigentlich auch bei Bitcoin hatten. Haben wir uns ja im gestrigen Video auch angeschaut. Und zwar haben wir jetzt hier bei Ethereum einen ganz, ganz großen Block, wo wir uns gerade im Moment hier drin befinden. Sollte dieser erstmal fallen, dann seht ihr nämlich auch, was hier dann passiert. Und zwar ist es nämlich so, dass wir hier eine massive Minus-Distribution haben. Und die startet eigentlich so bei 2.210 Dollar. Das heißt, wenn wir unter 2.210 Dollar fallen, müssen wir davon ausgehen, dass wir durchaus Potenzial haben, hier nochmal dieses Tief hier unten nochmal anzulaufen. Und somit auch die 2.145, im Worst Case sogar 2.110 US-Dollar bei unserem Ethereum-Chart. Das sieht man auch bei unserem MACD hier ganz gut. Eigentlich genau dasselbe Beispiel. Und genau dasselbe Ding ist jetzt hier auch bei Bitcoin passiert, bei Ethereum mit unserem MACD. Genau dasselbe. Sehr starkes Momentum kommt hier rein. Die Signallinie zur Durchschnittslinie geht weit weg. Genauso hier sehr starkes negatives Volumen. Und der RSI auf dem 4-Stunden-Chart genau dasselbe, auch bei 38 Punkte. Also im Moment kommt genauso die kleine Korrekturphase rein, die wir uns schon seit Tagen analysiert haben. Deshalb für uns und für meine Follower und hier bei Bitbull Trading, wenn ihr hier am Start seid, eigentlich nichts Neues. Das bedeutet, ihr bekommt ja jeden Tag von Montag bis Sonntag ein Update-Video. Ich habe euch immer schon darauf hingewiesen und immer wieder gesagt, ich gehe davon aus, dass wir erstmal jetzt so eine kleinere Korrekturphasen hier reinkriegen. Und genau das sehen wir einfach. Für uns als Daytrader ist das natürlich gefundenes Fressen, weil wir brauchen die Volatilität. Wir wollen die Volatilität, damit wir da gutes Geld verdienen können. Jetzt ist es so, jetzt gehen wir noch kurz rein, schauen uns nämlich einmal die Liquidations an. Seit gestern wurden hier sehr viele Long-Positionen rausliquidiert. Das waren ja 112 Millionen Dollar, aber heute eigentlich nicht viel. Heute waren es knappe 78 Millionen in den letzten 24 Stunden und 91 Millionen in den Long-Positionen. Gibt sich also relativ stark die Waage. Was allerdings sehr spannend ist, ist unser Crypto Fear & Greed Index. Dieser geht nämlich langsam wieder etwas zurück. Wir haben letzten Monat und letzte Woche knapp 73 Punkte immer im Durchschnitt gehabt. Jetzt sind wir am heutigen Tag mal bei 71 Punkte. Aber ihr seht, wir sind eigentlich die ganze Zeit auch bei unserem Fear & Greed Index in einer Konsolidierungsphase. Das bedeutet, das ist eigentlich wie so ein Stimmungsindex, kann man sich diese hier ansehen. Und zwar, wenn wir hier in einem sehr, sehr stark grünen Greed sind, dann ist der Markt so richtig gehypt, so richtig FOMO herrscht und die Leute wollen kaufen, kaufen, kaufen. Dann heißt es Profite von dem Tisch nehmen. Ja, einfach mal Profite realisieren, weil immer wenn wir hier in einer grünen Phase sind, müssen wir damit rechnen, dass wir durchaus solche größeren Liquidation Wigs dann nach unten kriegen. Und in dieses Ganze kommt natürlich rein Volatilität, was hier 25% gilt. Also je volatiler das ist, desto genauer ist natürlich dann auch hier unser Fear & Greed Index. Dann haben wir auch hier noch Marktvolumen, Social Media, Dominanz und so weiter. Zählt alles hier mit rein. Also das für euch auf jeden Fall nochmal so als kleine Information dazu, weil ich das halt einfach immer nochmal sehr, sehr wichtig finde. Dann schauen wir uns noch die Liquidität an, wie es da im Moment aussieht. Unter uns weiterhin nichts, also eigentlich luftleerer Raum bis runter zu, was haben wir hier, 38.000 Dollar, 342 Bitcoin liegen da zum Kaufen. Und über uns weiterhin immer noch der sehr, sehr große Block. Der anfängt eigentlich bei 44,5 und hört erst hier oben auf bei 50.000 US-Dollar. Also weiterhin liegt sehr, sehr starke und vor allem vermehrte Liquidität über uns als erstmal unter uns. Gut, das soll es jetzt hier auch für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Lass auf jeden Fall gerne mal ein Abo da. Würde mich sehr drüber freuen. Von Montag bis Sonntag bekommst du ja immer ein Update-Video. Und schreib gerne mal unten rein in die Kommentare, ob du vielleicht hier ein bisschen was mitnehmen konntest jetzt in letzter Zeit. Und dann würde ich sagen, lass auf jeden Fall gerne ein Abo da. Wir hören uns. Hau rein. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich bin für heute raus, dein Basti und wie immer, ciao, ciao.